Ratgebergeld.at. Die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht hier bei Ratgebergeld.at. Zusammen mit mir auch am Montag, den 18.12.2023. Ja, Märkte spätestens nach der US-Notenbank-Sitzung noch einmal einen Zünder in Richtung Norden bekommen. Viele haben ihre Positionen vielleicht vorher schon geschlossen und letzten Endes vielleicht nicht mehr ganz so von dieser Aufwärtsbewegung profitieren können. Aber man sieht halt wieder mal, dass gerade solche wichtigen Ereignisse nicht unbedingt so der Grund sein dürfen, um irgendwo seine Positionen diesbezüglich beeinflussen zu lassen. Das Einzige, was ich an Fett-Tagen immer wieder ganz gerne mache, ist, dass ich also hergehe und sage, okay, jetzt an diesen Tagen zumindest keine neuen Positionen. Fett-Days sind immer wieder sehr volatil, teilweise ganz, ganz wilde Richtungen, die wir hier bekommen. Und ja, für uns war es ein richtiger Segen. Und wir haben dann letzten Endes die letzten Anstiege dann von Donnerstag und Freitag noch genutzt, um größtenteils unsere Gewinne einzusacken. Ja, und das Portfolio im Swing Trading ist wahrlich, wahrlich, wahrlich explodiert im Laufe der folgenden Woche. Ich habe jetzt meine finalen Gewinne in Infa mitgenommen. Entry war hier, Teilgewinne haben wir hier genommen. Das waren hier Möglichkeiten, um zu pyramidisieren. Habe ich nicht genutzt, leider bei Infa, weil mir der Markt schon zu diesem Zeitpunkt Ende November, Anfang Dezember ein bisschen zu überkauft war. Aber man sieht, wie gut man eben auch pyramidisieren kann in Positionen, die bereits gut laufen. Aber für mich wesentlich wichtiger war diese Entry und dieser sehr enge Stop und was wir dann letzten Endes bis Ende der folgenden Woche hier rausgeholt haben. Nämlich ein Plus von fast 30% und das in einem Zeitraum von knapp einem Monat. War aber natürlich nicht der einzige Wert, der extrem gut gegangen ist. Airbnb haben wir jetzt mittlerweile auch einen Großteil der Gewinne hier mitgenommen. Auch in Richtung Resistance, auch in Richtung Widerstand. Entry war hier unten. Auch hier haben wir jetzt innerhalb von zwei Wochen einen unglaublich schönen und tollen Trade hier mitgenommen. Trade des Monats, könnte man so sagen, war definitiv TWST. Entry 1, Teilgewinne, Teilgewinne, finalen Gewinne hier mitgenommen mit einem Plus von 30% innerhalb von sechs Tagen. Ein weiterer sehr, sehr, sehr schöner Gewinn und so weiter und so weiter. Also wir hatten eine ganze Reihe von unglaublich tollen Trades, die wir hier mitgenommen haben. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, dass wir diese Euphorie sehr schön genutzt haben, um also hier eher mehr jetzt Ende der folgenden Woche Positionen abzubauen, als zu sagen, hey, jetzt gehen wir noch Vollgas rein in neue Positionen. Wenn gleich es dann doch eine Situation gegeben hat, die ich dann doch noch genutzt habe, das war ASRG, die wir aber hier schon eingekauft haben bei 3,16 mit einem relativ engen Stopp. Aber auch da haben wir jetzt mittlerweile am Mittwoch, Donnerstag bereits erste Teilgewinne mitnehmen können. Warum? Weil wir bereits doppelt so viel verdient haben wie das, was wir ursprünglich riskiert haben hier in dieser Position. Und darum haben wir jetzt einmal hier Teilgewinne mitgenommen und schauen wir mal, wie weit wir zurückkommen. Sollten wir in Richtung der Marke von 320 Retour kommen, ihr seht auch, ASRG ist bei den Top Tens mit dabei wieder. Könnte das vielleicht eine Gelegenheit sein, um dann die Position vielleicht sogar zu pyramidisieren, sprich aufzudoppeln, wenn die Marke bei 320 hält und wenn wir hier weiter nach oben gehen. Aber summa summarum, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte ist, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit jetzt in den letzten 3, 4 Wochen. Wir haben unglaubliche Performances gemacht, wahnsinnig hohe Renditen. Es liegt jeder im Bereich zwischen 10 und 20% plus und das nach 3, 4 Wochen. Und es war auch gut so, aber jetzt ist eher mehr die Zeit gekommen, um einfach einmal die Gewinne mitzunehmen. Denn die Börse wird diese Winning Strike, diese Gewinnrate auf Dauer definitiv nicht halten können. Auch mit der Vermutung, dass der Russell 2000 die größte Performance machen kann, zumindest was den Dezember angeht, war absolut, absolut, absolut die richtige. Wir haben hier eine Zeit lang S&P 500 Index geshortet, Russell auf der Longseite genommen. Dann haben wir gesehen, der Markt geht doch noch weiter, haben den Short auf den S&P 500 Index geclosed. Haben dann IWM dann noch einmal ein bisschen weiter fokussiert und Zielmarke war 195 bis 200. Da sind wir mittlerweile angekommen. Was für ein mächtiger Trade hier in Richtung Norden. Und das ist wirklich absolut fantastisch gelungen. Also wir haben jetzt hier eine mordsmäßige Rallye von hier unten nach hier oben gespielt. Dürfen nicht vergessen, wir sind hier reingegangen, hatten einen sehr, sehr engen Stopp, haben insgesamt nur knappe 2% in diesem Trade riskiert, um letzten Endes 12, 13% aus dem Trade rauszuholen. Und auch hier, wir haben noch Positionen und ich bin noch mit einem Drittel hier drin, weil ich sogar denke, dass wir im Russell gute Chancen haben, den längerfristigen Breakout zu schaffen. Aber da brauchen wir jetzt eine Zwischenkonsolidierung. Wir brauchen jetzt eine Verschnaufpause, wir brauchen einen Rücksetzer, wir brauchen jetzt hier so eine Art Cup and Handle, sprich eine Henkel-Formation. Und dann hätten wir vielleicht sogar Chancen, dass wir dann ins neue Jahr mit dem Russell 2000 das ganz, 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 ganz großen Gewinne hier starten zu können. Das heißt, auch die Index-Trades sind hier wahnsinnig, wahnsinnig gut gelaufen. Und von dem her absolut perfetto. Aber jetzt, wie gesagt, ist die Zeit gekommen. Und darum, wir werden heute ein paar Trading-Ideen besprechen, kein Thema. Aber für mich ist völlig, völlig klar, zumindest jetzt mal, auch für die nächsten 2-3 Tage, ich baue keine neuen Long-Positionen auf. Egal, wie attraktiv eine Situation ausschauen möge. Denn Zwischenkorrektur nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern wahnsinnig, wahnsinnig wahrscheinlich. Und von dem her eine gute Situation, um jetzt, wie gesagt, einfach die Weihnachtsgeschenke, die wir gemacht haben, zu genießen, sich ein bisschen zurückzuhalten und zu sagen, danke, jetzt warten wir auf die nächste sehr, sehr schöne Gelegenheit, die wir dann eben hier nutzen werden. Ja, kurz vielleicht auch zu den Randmärkten, die wir uns natürlich auch immer wieder anschauen. Gold ist zwar wieder gestiegen, allerdings muss man es in Relation stehen, warum der Goldpreis gestiegen ist, weil der Euro stark gestiegen ist am Mittwoch. Was gut ist, ist die Tatsache, dass wir ein höheres Tief haben, dass wir die 50-Tage-Linie gehalten haben. Was schlecht ist, ist, dass wir ein tieferes Hoch gebildet haben. Das heißt, hier ist die Lage völlig unklar. Wir wissen noch nicht, kann die Rally weitergehen, kann sie nicht weitergehen. Was ebenfalls natürlich ein negativer Faktor ist, ist, dass wir die zuletzt gebrochene Widerstandslinie wieder nach unten verletzt haben. Jetzt haben wir sie wieder leicht zurückgehobert. Also die Lage ist völlig uneins. Aber eines ist klar, sollten wir die letzten beiden Hochs brechen, dann sind die Pullen wieder da. Sollten wir das Tief der vorigen Woche brechen, dann sind die Pullen definitiv geschlagen. Silber schauen wir uns gar nicht an. Das ist einfach zu volatil, um hier wirklich einen sinnvollen und guten Trade erkennen zu können. Ölpreis hat meine Zielmarke in Richtung 65 bis 68 US-Dollar-Barrel nahezu erreicht. Hier würde ich also auch keine neuen Short-Positionen angehen oder sonst was. Wir sind jetzt inmitten der dritten Abverkaufswelle in Richtung Süden. Wir können uns erinnern, dritte Abverkaufswelle in Richtung Süden hat dann der Wall Street Anfang November dazu geführt, dass die Trendwende gekommen ist. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Ölpreis jetzt hurradigams wieder vollgas steigen wird. Aber jetzt noch Short zu gehen oder sonstig etwas, wäre an und für sich meines Erachtens nicht der richtige Weg. Aber wäre gut, wenn sich der Ölpreis hier irgendwo bei 65, 70 stabilisieren würde. Dann hätten wir die Inflation größtenteils auch im Griff. Und das würde natürlich auch den Markt sehr, sehr gut tun. Wie gesagt, größter Anstieg eben hier in Richtung Gold kam eben vom Euro zum US-Dollar. Hier sehen wir Mittwoch auf Donnerstag diesen relativ heftigen Push nach oben. Dann hatten wir am Freitag Gewinn-Mitnahmen. Die große Kerze hier wurde größtenteils negiert. Das ist wiederum ein negativer Faktor. Auch hier keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber der Markt wird es uns zeigen. Gehen wir über 1,10 und schließen drüber, wäre das sehr bullish. Gehen wir unter das Tief der letzten zwei Wochen, wäre das sehr bearish. Das heißt, alles zwischendrin ist eher mehr die neutrale Zone. Darüber Kaufsignale, darunter relativ klare Verkaufssignale. Ja und für mich, an und für sich der wichtigste Faktor, auf den wir auch jetzt hier geblickt haben in den letzten paar Wochen, das waren die Zinsen am langen Ende. Und ja, die Zinswende haben wir auch aus technischer Sicht ganz, ganz einfach erkennen können. Denn die Serie von höheren Tiefs und höheren Hochs hat genau hier Mitte November geendet. Und genau das war für uns das Signal, stärker bullish zu werden auf die Börsen, stärker bullish zu werden auf die Anleihen. Und seit Mitte November sind wir in den 10-jährigen Staatsanleihen hier investiert. Und was für eine Rallye. Wir haben allein im Anleihensektor jetzt innerhalb von einem Monat 12% plus gemacht. Ich habe einen Großteil meiner Gewinne mitgenommen. Und ich gehe einmal davon aus, dass ich diese Rallye jetzt nutzen werde, um jetzt hier mit dem EMA 9, mein letztes Drittel, also zwei Drittel habe ich schon verkauft, in diese Rallye hinein. Das letzte Drittel eben mit dem EMA 9 hier weiter laufen zu lassen. Nächste Korrektur werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu nutzen, um dann wieder Vollgas aufzuladen. Denn wenn die Zinswende da ist, wie gesagt, ist dieser Anstieg jetzt erst der Beginn von etwas ganz Großen. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass die TLTs mittellängerfristig auf 130, 150 hier wieder zurückkehren. Und auch hier von 2019 auf 2020 hat man gesehen, dass nachhaltige Rallyes auf bis zu 40, 50, 60% in den Anleihenmärkten durchaus möglich sind. Das sind hervorragende Gelegenheiten, die man gerade in solchen Phasen hier nutzen kann. Solange die Inflation auf einem halbwegs normalen Level bleibt, das muss man natürlich auch hier immer wieder ganz, ganz klar sehen. Also TLTs sind wir noch investiert, Russell sind wir noch investiert, Airbnb sind wir noch investiert, ISRG haben wir noch mit an Bord. MMYT ist auch eine sehr schöne Situation, die wir hier zuletzt genutzt haben. Das ist aktuell mein Trailing Stop, EMA 9, abzulich 85 Cent. Also ein bisschen darunter habe ich meine Stops permanent gesetzt. Für heute also EMA 9, 45, 46, dann einfach 85 Cent abziehen, da ist momentan mein Trailing Stop. Sehr schön war hier der Entry. Wir haben also hier diesen Tag genutzt, um reinzugehen bei 43, 50 mit einem Stop unter 43 war minimals das Risiko, dass wir mit einem Risiko von 1,5% bereits so umsetzen konnten, dass wir bereits 7,5% im Plus sind. Und das, wie gesagt, es geht nicht darum, ob wir jetzt 10, 20, 30, 50% in einem Trade machen, es geht immer bei jedem Trade lediglich darum, dass wir ein Vielfaches von dem rausholen, was wir ursprünglich riskiert haben. Und das ist gutes Trading. Ob man dann hebelt, viel investiert, wenig investiert, hey, das ist dann sekundär. Wichtig ist, dass wir unsere Chancen nutzen, immer ein Vielfaches von dem rausholen, was wir riskieren. Und das führt eben dazu, dass unsere Portfolios langfristig immer weiter und schön konstant nach oben gehen, ohne gröbere Einbrüche. Last but not least noch eine spekulative Position, GAN, die wir uns hier geschnappt haben und auch hier schon beim Breakout gesagt haben, eventuell wird der EMA 9 die Kurse immer weiter nach oben tragen. Und wir sehen auch, jeder Rücksetzer, den wir dieser Tage bekommen haben, wurde vom EMA 9 sehr, sehr, sehr gut aufgefangen. Das heißt, meines Erachtens kann man einen Hardstop hier bereits bei 1,56 herumsetzen. Wir sind bei 1,54 rein. Das heißt, wir haben den Trade bereits im Gewinn abgesichert und ansonsten den Rest einfach mal mit dem EMA 9 laufen lassen. In Richtung Stärke kann man dann vielleicht bei 10% plus durchaus auch einmal daran denken, dass man vielleicht einmal Teilgewinne mitnimmt. Also auch hier ist die Situation sehr, sehr, sehr schön am Laufen. Und auch hier lassen wir unsere Gewinne natürlich jetzt weiter noch in Richtung Norden gehen. Aber, wie gesagt, trotzdem Vorsicht, jetzt gerade für die nächsten zwei bis drei Tage Vorsicht mit neuen Einstiegen. Die nächste Korrektur steht vor der Tür und dementsprechend auch hier nicht bitte von der Euphorie anstecken lassen. Wir haben unsere ganz, ganz großen Gewinne Ende der folgenden Woche mitgenommen. Jetzt heißt es ein bisschen geduldig auf den nächsten Pullback warten und dann die nächste Situation für Einstiege nutzen. So, was haben wir dennoch noch auf der Uhr? Acenta hatten wir vorige Woche bereits an Watch für einen Breakout hier. Alle, die es genommen haben, Congrats, ist bereits ein sehr, sehr schönes Plus. Aktuell würde ich aber hier eher mehr auf einen Pullback achten, habe ich hier bereits notiert. In Richtung der Marke von 60 könnte es sehr interessant werden. ISTC ist eine von unseren Gapper Aktien, die jetzt zum ersten Mal am EMA 9 angekommen ist. Das könnte vielleicht eine der wenigen Situationen sein, die ich nutzen werde, unabhängig vom Gesamtmarkt. Wenn nämlich der EMA 9 hier hält und wir hier beginnen, nach oben zu drehen, dann haben wir wieder unser typisches Setup, das uns bei vielen Positionen in den letzten drei bis vier Wochen Gewinne von 10% und mehr geliefert hat. und ISTC dementsprechend natürlich ganz, ganz oben mit auf der Watchlist. FN kommt wieder zurück auf die Fokusliste. Die Aktie habe ich folge Woche favorisiert für einen Breakout nach oben. Ist bereits sehr stark gelaufen. Hier müssen wir auf einen Pullback achten oder auf eine Konsolidierung. Das heißt, die Aktie geht also somit zurück auf die Fokusliste. Werden wir sie heute oder morgen definitiv nicht kaufen. FTDR konsolidiert weiterhin am Widerstand. Sollten wir ein bisschen mehr Volumen bekommen und über 36 gehen, könnte sich ein Kauf viel lohnen. Unter den tiefsten letzten drei bis vier Tage würde ich aber die Aktie definitiv nicht mehr fallen lassen. Das ist meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Risikobegrenzung. AMVT war hier beim Breakout über die Marke von 40 Folgewoche mit auf unserer Watchlist. Hat dann innerhalb von zwei Tagen 10,5% gemacht. Ist am Widerstand angekommen, konsolidiert hier. Und sollten wir diesen Widerstand hier brechen und über die Marke von 44 gehen, gehe ich davon aus, dass die Aktie den Turbo zündet und weiter in Richtung Norden läuft. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die nachhaltige relative Stärke der Aktie. Wir haben hier längst schon neue Höchststände gebildet. Und das deutet eben darauf hin, dass diese Stärke durchaus noch weitergehen könnte. ASRG, wie gesagt, Pullback Trade hier in Richtung 320. Bedeutet nicht, dass wir bei 320 automatisch kaufen, sondern dass wir bei 320 schauen, dreht die Aktie oder dreht sie nicht. Wenn sie nicht dreht, kaufen wir nicht. Wenn sie dreht, werden wir eventuell die aktuelle befindliche Position pyramidisieren. Wird sich noch weisen. Weitere sehr interessante Situation bei Kindrill. Das war eine Aktie, die wir ebenfalls mit auf der Gapper Watchlist gehabt haben. Gap nach oben, Pullback zum 9er. Was macht die Aktie danach? Sofort ein Plus von 6%. Jeder, der es hier genutzt hat für den Spring Trade, congrats. Jetzt haben wir eventuell Chance 2, denn nach dem 9er testen wir jetzt gerade den 20er. Wenn die Aktie hier beginnt zu drehen, sehe ich erste Kaufsignale über dem Hoch der letzten 3 Tage. Sollten wir dann noch hier diese Widerstandslinie, diese Konsolidierungslinie hier brechen, könnte die Aktie am Breakout aus der Flagge dann hier durchaus noch einmal eine weitere Etage in Richtung Norden zulegen. Sehr interessante Situation. Eldos, gleiche Geschichte. Gapper Aktie, Pullback zu 9, Rally weiter fortgesetzt. Second Pullback jetzt in Richtung 20-Tage-Durchschnitt. Wenn die Aktie hier dreht, erste Käufe möglich, nachkaufen über der Marke von 110. Wäre durchaus auch eine denkbare Variante, die wir hier in den kommenden paar Tagen nutzen könnten. Entap, nächste Geschichte. Gapper Aktie nach oben, Pullback zum 9er. Wir warten hier auf einen Move über die Marke von 90. Sollte der kommen, gehe ich davon aus, dass die Aktie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Rally in Richtung Norden weiter fortsetzen wird. Roblox hatten wir ebenfalls auf der Watchlist für einen Breakout. Aktie hat sofort weiter an Wert zugelegt. Jetzt achten wir auf einen Pullback Trade. Sprich, wenn die Aktie wieder zurückkommt, in Richtung 42 und bei 42 beginnt zu drehen. Mögliches Kaufsignal und möglicher Einstieg. Von unserer Seite her und dann last but not least noch Ultra Beauty. Weitere sehr schöne Gapper Aktie. Gap nach oben, kommt zum 9er. Jetzt eine sehr, sehr schöne Base. Sprich, ein Breakout aus dieser Base. Könnte ebenfalls die Rally erneut anheizen. Einzige, was mir hier in dieser Situation nicht ganz so gut gefällt, ist der sehr hohe Abstand zur 50-Tage-Linie. Da ist vielleicht ein wenig Vorsicht geboten. In diesem Sinne wünsche ich allen eine weiterhin sehr, sehr erfolgreiche Trading Woche. Hat unglaublich viel Spaß gemacht in den letzten zwei bis drei Wochen mit euch. Ich glaube, wir werden auch weiterhin sehr, sehr viel Spaß miteinander haben. Nicht vergessen, Anmeldungen für die Trader Akademie sind im vollen Gange. Ein Dutzend Trader sind bereits mit an Bord. Sprich, wir haben noch knappe 28 Plätze frei. Das heißt, diese Woche noch die finale Anmeldung und nächste Woche. Und dann sind wir bis nächstes Jahr absolut fertig und am Start dann mit der Trader Akademie 2024, wo wir all diese Geschichten, die wir jetzt hier so salopp in diesem Video besprechen, dann eins zu eins sehr, sehr schön in der Ausbildung auch umsetzen werden. In diesem Sinne, auf eine gute Trading Woche. Wir sehen uns ab 15 Uhr im Chat von Ratgebergeld.at